Jo Leute, Magstar, ja, und heute zum Landwirtschaftssimulator A17. Ja, ich habe heute keinen Fussball, ich habe es nicht mehr gewusst. Also es gibt ein anderes Training, aber ich habe dort keine Lust zu gehen, es ist auch freiwillig. Und ja, es hat, glaube ich, nichts mit Fussball zu tun. Und ich habe auch schon vorher angefangen, Ballen zu pressen. Und habe auch natürlich Ballen verkauft, einmal einen ganzen Wagen voll, und das nur einmal. Und ich habe 9.166 Euro verdient. Und ich würde mal sagen, wir mähen weit. Und zwar freut es mich, vor allem, wenn ihr alle zuschaut. Und ja, lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Oder schreibt mir in die Kommentare, was ich verbessern soll. Oder was ich auch noch tun soll, denn ihr könnt auch Vorschläge, wie zum Beispiel Magstar, spielst du mal dieses Game oder probierst du mal das aus? Oder ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben. Und meine E-Mail-Adresse ist Swiss, also alles klein. Und ihr könnt mich auch auf der Facebook-Seite Aaron Ch. Dann könnt ihr mich natürlich auch... Also ich heisse auf Facebook Aaron Ch und wartet noch schnell. Hallo! 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 Ja! Das ist die Cheese! So, da bin ich wieder. Wo habe ich jetzt so angefangen? Ich habe ja gar nichts an mich. Also, ich... So, natürlich würde ich auch wirklich Wiese, Wiese nähen. So. Warte mal schon kurz. Warte mal schon kurz. So. Warte mal. Warte mal schon kurz. Warte mal. Warte mal. Ich weiss auch noch schnell, ob ich der Bank etwas zurückzahlen kann. So. Warte mal. 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 Aber zum Glück ist es aktiviert. Es wäre jetzt blöd, wenn ich jetzt alles durchfahre. Das Mähwerk würde jetzt einfach nicht aktiviert sein. Es würde mich mega ankommen. So, wir sind fast fertig. Nur noch ein bisschen. Also, wenn ich dann eine Kettensäge habe und ein Holzwagen, dann... Ich denke, dann werde ich diese Bäume fällen. Weil irgendwie kommen sie mir ein bisschen in den Weg. Ja gut, so fest stören sie eigentlich auch nicht. Aber sie kommen nicht. Also, sie kommen nicht. Weil, ob man um sie herummehrt, dann stören sie mich einfach ein bisschen. Aber ja. So, und wir sind... Jetzt müssen wir, glaube ich... Da, und dann haben wir es. So. Wir könnten da einfach mal rein fahren. So, jetzt. Ich hoffe, das geht auch schnell. So. Komm schon, komm schon. Ja, komm, komm, komm. Gut. Gut. Eigentlich geht es, eigentlich geht es schon schnell. So. Ja. Oh, der Wallenwagen kommt da ein bisschen in den Weg. Ich würde ihn da ein bisschen auf die Seite stellen. Und auch kehren, damit wir gerade bereit sind. Mit den Ballen. Mit den Ballen. So, jetzt. Ja. Ja. Ich bin. Ich bin. Nein, wir gehen. Ich denke und ich hoffe auch, dass es da hoffentlich ein bisschen mit viel Ballen gibt. Aber wie es aussieht, sieht so aus, als ob es nicht so viel liegt. so so Soh. So, ich glaube, jetzt ist es schon besser. Ja, jetzt ist es gut. So. Oh. Jetzt habe ich wieder verpiss. Also, wenn ich dann einen besseren Traktor habe, also einen grösseren und einer, wo mehr PS hat, dann bin ich froh, weil dann geht es ein bisschen schneller. So. Wie es aussieht, habe ich gerade das Gefühl, gibt es nicht so viele in allen. Ich weiss es aber nicht. Vielleicht sieht es einfach nur so aus. Ich bin jetzt da einfach ein bisschen konzentriert, da bin ich alle in diesen. So. So Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 Berge im Gras 8 noch solche, wie soll ich sagen Walmen müssen wir durchfahren Ah, jetzt hat es ein Ballen geblieben So So Hä Hä Aha Ich habe gedacht das nimmt weiter Aber ähm Der Pickup ist Ist der Pickup ist ähm Zu Klein So wir haben jetzt den Ball 2 Ballen So Was Ich habe Ich überlege mir jetzt gerade Ob ich soll Ein Feld Mit Gras Machen So So Ja und wenn wir denn da Also wenn wir da fertig mit Menschen Und die Ballen eingesammelt haben Dann beende ich diese Folge So Also dieses Upload Wo ich wieder gesagt habe gestern Dass ich kein Training habe Dieses Upload habe ich wieder ähm Vom Nutzer entfernt Also ich habe das Upload gelöscht So Ähm So So Wir sind jetzt dann bald fertig Oh der ist auch schon richtig schmutzig Dieser Trecker So 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 Warte noch kurz So 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 Ah, jetzt So, jetzt haben wir So, jetzt nach Giese und dann sind wir fertig So, jetzt die restlichen Ballen kommen wir raus so Z so 5 Ballen haben wir jetzt Ich würde auch mal sagen Zwar ich will den Trecker nicht waschen weil sonst sonst verliere ich wieder ein bisschen Geld und ich will ja auch Geld ich will ja Geld verdienen deswegen bewegen So, noch schnell die Ballen aufladen und dann beende ich zur Falte so so noch noch drehen 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 so Gut, dann fahren wir den noch da schön ein mit Zaballenwagen so Gut, dann poppen wir mal den ab und ja, somit beende ich die Folge Dankeschön fürs Zuschauen und Tschüss